Endspurt in KW24 2019 und damit herzlich willkommen zum aktuellen PQ Primetime Charge Check, unterstützt durch unseren Werbepartner Goldman Sachs. In der gestrigen Analyse, wir machen ja nicht nur Videos, wir schreiben ja auch, habe ich Wirecard mit Da ist noch so viel mehr drin übertitelt und das kann ich heute hier im Videoformat nur wiederholen. Da könnte richtig was losgehen nach oben, denn die Kurse sind jetzt zwei Wochen lang mehr oder weniger seitwärts gelaufen, immer schön an der 200-Tage-Linie entlang und haben dabei genau das Bewegungspotenzial aufgebaut, das für den Ausbruch benötigt wird. Ausbruch ist auch das Stichwort, denn da haben wir gestern einen ersten Versuch gesehen, aber bitteschön, das geht doch auch noch besser. Vor allem aus charttechnischer Sicht wäre es wünschenswert, dass auf den Break bei 150 jetzt auch zügig der bei 160 folgt, denn um die Folge der ansteigenden Hochpunkte fortzusetzen, müsste es mindestens über das Mai-Top bei 162,30 hinausgehen. Idealerweise Richtung 170, da wartet ja auch noch das amtierende Jahreshoch und mit dem auch die obere Begrenzung des März-Aufwärts-Trend-Kanals. Sprich, an diesem Widerstand könnte es dann nochmal knifflig werden und das gilt so ein bisschen auch für die Unterseite, denn da ist schon noch Vorsicht geboten. Der GD200 wirkt zwar stützend, ist aber eben auch noch recht nah, heißt, wenn die Kurse nochmal zurücksetzen, haben wir ruckzuck wieder das Thema Abwärts-Trend-Wechsel auf dem Tisch. Zumal auf diesem Niveau auch gleich die Aufwärts-Trend-Gerade verläuft und sollte der Trend gebrochen werden, müssten noch einmal die Unterstützung bei 140, 130 und 125, 120 aktiviert werden. Das soll es dann auch gewesen sein für heute. Wünsche Ihnen allen ein schönes Wochenende. Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Vielen Dank dafür und Servus bis Montag.